Dann drehen wir heute mal hier ne Runde. Feuer frei! Den bringen wir nicht zu oft. Den haben wir nicht zu oft. Die sind offen. Sog. 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 Das war's. mehr Kronkant, ruhig, jem. Das steigt ganz schön langsam. Die Kronkant, ruhig, jem. Die Kronkant, ruhig, jem. So, ein paar Brötchens. Wenn ich das aber zerrauen will. Jawolle. So, ein paar Brötchens. Und kaputt. Na gut, soll uns reichen. Einmal auszahlen. Und wir versuchen mal unser Glück hier. Und da auch noch ein mehr. 4,50 Euro für Zusatzspiel. Los geht's. Jetzt haben wir schöne Wunderfreispiele. Und da. Und da. Und da. Das war's für heute. 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 Wow, der sieht schön grün aus, jawohl. Und ein bisschen jetzt noch. Achtung, da stoppen wir ein bisschen auf, da ruht das weg, schade, verflixt. Das war wohl nicht so clever von uns. Das war wohl nicht so clever. Na gut, die Butter wollen wir hochklauen. Oh, wie gütig. Ha, jetzt aber. Und heute drehen wir mal hier eine Runde. Und wir wollen ja ein bisschen Beute sehen hier. Machen wir mal. Ja, machen wir mal. 300. Los. Oh, hübsch. Jawohl. 40. 58. Oh, und der macht das kaputt. Na toll, wieder von vorn. 60. 40. 41. 45. 40. 41. 42. 44. 42. 43. 45. 45. Na komm schon. 4 Euro dazu. Wir stehen bei 51. Ah, mehr Kölfer jetzt. 76, 49. 15 dazu. 91, 78. Jawoll. Jetzt wird es interessant 110. Lass mal noch ein bisschen stehen. Nächster Koffer. Jawoll. 121. Muss nicht kaputt machen. Jawoll. Oh, ob wir soweit nochmal kommen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, er machte platt. Ich habe schon überlegt, welche Karte wir nehmen. Aber dazu kommt es nicht mehr. Dann war es das. Alles geschreddert. Einmal nichts. Schade. Dann drehen wir doch heute mal hier eine Runde. So, dann machen wir nochmal 2 und 20 und dann geht es schon los. So, wir würden hier gerne ein paar Freispiele. Schönet, wildet. Wir sind für alles offen. So. Wow. So. wuß. Ah, nun mal nicht so kläglich hier. Was? Dritter? Jawoll! Sehr schön. Das ist aber entspannt. Komm schon, was war drin hier? Ganz klar. 44. Ah ja. Bleib dabei. Mir gibt's nicht. 54. Ah ja. Hier wollen wir mal eine Pyramide sehen. Ah, da ist er. Nur nicht ganz gut dahin. Kaputt. Ja. 4. Und wo willst du denn da immer zu? Ah, es klingelt. 80. Ja. 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 Und da hätten wir sicher. Ja. 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 Ich bin da und wechselbar geworden. Vielen Dank.